»Na, was sagt ihr dazu? Ich hätte mir beinahe lang hingelegt, wie ich es gehört habe. Jetzt kannst du dir doch selber ne Pulle spendieren, und uns auch, all für du Lettl, wo du doch auf die Butterseite gefallen bist, wie?« »Denetochter Liza. Ach, du bist eben in Glückspilz, du Lettl. Er weß es nicht. Ihr eigener Vater und weß es nicht. Hochherrschaftlich umgezogen ist sie dir, Liza. Mit dem Taxi eins jans allein für sich ist sie abgefahren, piekfein, und drei Tage lang war sie nicht zu Hause. »Und dann krieg ich ne Nachricht von ihr. Heute Morgen, man soll ihre Sachen zu Wimple Street 27a schicken bei Professor Higgins. Und was für Sachen will sie haben? Ihren Vogelkäfig und ihren chinesischen Fächer. Aber zum Anziehen braucht sie nischt. Hat sie gesagt.« »Mrs. Hopkins aus My Fair Lady«